Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind, Sie zu Hause oder wo Sie auch immer gerade zuschauen und selbstverständlich auch unser Publikum, unser tolles Publikum heute Abend hier im Kammermusiksaal. Die nächste Stunde geht es um resiliente Infrastrukturen, also belastbare, stabile Infrastrukturen, die wichtiger sind als je zuvor. Nach Lacks an Gaspipelines oder auch nach Anschlägen auf die Deutsche Bahn, die den Bahnverkehr lahmlenken und einem neuen Höchststand von Cyberangriffen zweifelt heute kaum noch jemand an der Notwendigkeit von resilienten Infrastrukturen. Und, meine Damen und Herren, wir sind mit unserem Thema hochaktuell. Gucken Sie mal hier. Ich habe den Generalanzeiger von gestern mitgebracht. Okay, gestern, aber ist ein Tag. Und was steht da? Kritische Infrastruktur im Visier. Das ist unser Thema heute. Das haben die Kolleginnen und Kollegen tagesaktuell vom Generalanzeiger gestern gehabt. Also ich finde, da sind wir genau richtig aufgestellt und mit unseren vier Gästen denke ich auch. Denn, begrüßen Sie ganz herzlich, wir haben mit dabei Ralf Thiesler, den Präsidenten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK. Da bin ich letztens übrigens zufällig, weil ich auch in Bonn wohne, vorbeigekommen. Dachte ich, Mensch, guck mal, hier ist das BBK. Ich musste einen Stau umfahren in Bonn und ich wusste auf einmal, Mensch, den Präsidenten haben wir Mittwoch auf einmal zu Gast bei uns. Schön. Ja, er darf sich um die Gewährleistung des Schutzes der kritischen Infrastruktur sorgen und Gedanken machen. Das darf er auch darüber, aber darf er auch noch mehr. Aber so Leute zum Schutz an die Gaspipeline stellen, das dürfen Sie nicht. Also ist es dann eher nur so weisungsbefugt, aber wie muss man sich das vorstellen bei Ihnen? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute hier sein kann und in dieser Runde mitdiskutieren darf. Ja, in der Tat sind kritische Infrastrukturen ein Thema, mit dem wir uns nicht erst seit den Explosionen der Gaspipeline und der Störungen bei der Deutschen Bahn, den Sabotageakten auseinandersetzen, sondern das Thema ist schon seit einigen Jahren ein Thema, weil kritische Infrastrukturen für unser Überleben halt existenziell sind. Es geht um Verkehr, es geht um Energie und es geht um Kommunikation, Logistik. Logistik ist ein Thema, das uns auch beschäftigt vor dem Hintergrund, dass wir einen erheblichen Personalmangel überall haben und da, wo kein Personal die Waren zu uns bringt, fehlen die uns. Und da sind auch teilweise Waren dabei, die wir für unser Überleben brauchen, Nahrungsmittel beispielsweise. Aber Sie haben es schon länger auf der Agenda klar, bei Ihren Jobs, aber bei der Bevölkerung kommt es immer mehr an. Es wird immer mehr ein Thema mit der kritischen Infrastruktur. Das Thema für uns ist, dass wir sensibilisieren. Wir sind keine Strafverfolgungsbehörde oder keine Behörde, die so etwas verhindern kann. Aber kritische Infrastrukturen werden von Privaten im Wesentlichen inzwischen betrieben. Das war mal anders. Heute sind kritische Infrastrukturen zu 80 Prozent in privaten Händen. Und die müssen erst mal für ihre Verantwortung, die sie dafür haben, auch sensibilisiert werden. Und gleichzeitig sensibilisieren wir natürlich auch diese Gesellschaft für dieses Thema. Silke Krebs ist mit dabei, die Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie. Das ist eine ganze Menge des Landes NRW. Sie haben mitten, wie soll ich sagen, mitten in der Polykrise begonnen, Ihren Job. Pandemie, also Corona, Ukraine, Krieg, Klimakrise, das alles in diesem Sommer, also Ihr Amt übernommen. Wie fühlt sich das an, so dieser permanente Krisenzustand? Ist der schon normal? Nee, ich glaube, normal ist er nicht. Und das war natürlich schon eine Herausforderung, also neu in ein Haus zu kommen und zu wissen, da sind jetzt mehrere akute Krisen, die da gemanagt werden. Man muss möglichst, also mein Impuls war auch, jetzt muss ich möglichst schnell herausfinden, was da schon gemacht wurde in Sachen Gas, in Sachen Energie, in Sachen Strom. Und Gott sei Dank feststellen können, dass da schon alle am Arbeiten waren und die Vorbereitungen und die Absicherungen laufen. Aber das ist dann schon ein Moment, wo man erst mal denkt, uh, jetzt muss ich mal schnell gucken, dass die Lage auch so ist, wie sie sein soll. Aber der Druck bleibt hoch, oder? Der Druck bleibt hoch und ich glaube, aber ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen, nicht nur, wenn man in einem Ministerium arbeitet. Wer hätte gedacht, dass die Welt sich in dieser Dynamik krisenhaft, noch eine andere Krise, noch eine Facette in der Krise, da müssen wir alle gucken, wie wir irgendwie mit klarkommen. Dankeschön. Wir fragen bei Uwe Borges nach, Vorstand der Sparklasse Köln-Bonn, zuständig für Firmenkunden und institutionelle Kunden, also sowas wie Versicherungen, Fondsgesellschaften. Ihr Haus gehört selber zur kritischen Infrastruktur. Wie extrem, wie kritisch ist es im Moment, was würden Sie sagen, sowohl bei Ihnen im Haus als auch logischerweise bei Ihrer Kundschaft? Ja, wir sehen im Moment schon eine sehr krisenhafte Gesamtgemengelage, also geopolitisch der Ukraine-Russland-Krieg, die damit verbundene Energiekrise, dann die immer noch wirkenden Ausläufer der Corona-Krise, die zu erheblichen Lieferkettenproblemen in unserer mittelständischen Kundschaft führen. All das ist eine sehr, sehr schwierige Gemengelage, wo wir tatkräftig mithelfen, als Sparkasse Köln-Bonn auch zu unterstützen. Wir haben allein in der Corona-Krise weit über 600 Millionen Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt, um gerade in dieser kritischen Phase unsere Kundschaft auch mit der notwendigen Liquidität zur Verfügung zu stehen. Und ich bin jetzt seit 1.04.2020 im Haus und man kann eigentlich sagen... Es ging ja so ähnlich wie Frau Krebs, glaube ich. Genau, ich bin quasi zu Beginn der Corona-Krise gestartet und befinde mich jetzt eben in der Krise, die aus diesem wirklich schlimmen Krieg, der von Russland angezettelt worden ist, jetzt entsprechende Wirkungen hat. Und die Wirkungen sind ja wirklich existenziell für viele Unternehmerinnen und Unternehmer, angefangen mit den wahnsinnig hohen Energiekosten, jetzt in der weiteren Folge mit der Inflation, mit einer sehr, sehr stark festzustellenden Konsumzurückhaltung, die also jetzt wirklich zu managen ist. Und hier verstehen wir uns wirklich als Partner an der Seite unserer Kunden, da auch zu helfen, um halt gut durch diese Krise zu kommen. Dankeschön. Dr. Daniel Lichter ist mit dabei, Abteilungsleiter Resilienz- und Risikomethode im DLR, Institut für den Schutz terrestrischer Infrastrukturen. Ja. DLR? Sie sind aber kein Astronaut? Nein, gar nicht. Okay. Wir sind ja terrestrisch, also. Achso, ja. Denn ich musste meinem elfjährigen Sohn das so erklären, als ich vorlas, wer alles so kommt, sagte er, oh, ein Astronaut. Ich so, nee, das ist kein Astronaut. Also Sie fliegen ja nicht mit bemannten Raketen durch die Gegend, um die Krisen zu bewältigen, aber Sie arbeiten mit Modellen und Analysemethoden. Korrekt, ja. Kann das auch aufregend sein? Das ist eine gute Frage. Böse, ne? Nein, aber natürlich. Es war gar nicht so böse gemeint. Ja, natürlich, sonst würden wir es nicht machen. Also ich glaube schon, dass es aufregend ist. Ich glaube, man lernt auch viel. Zumal, ich glaube, dass ja auch einfach vielleicht ein gesellschaftlicher Auftrag dahinter steckt. Sonst gäbe es ja auch unser Institut gar nicht. Und wir haben es ja gerade schon gehört. Ich glaube, dass die Bedeutung dieses Begriffs der Resilienz und auch des Risikos an sich, glaube ich, gerade wieder im Aufwind ist und viel Zuspruch erfährt, was eben auch die Betreiber zum Beispiel der kritischen Infrastrukturen angeht. Die auch merken, dass sie da deutlich mehr vielleicht machen müssen in vielen Bereichen. Und dabei können wir dann hoffentlich unterstützen und es besser machen. Gebe ich die Frage doch gleich mal weiter, die ich auch im Grunde an Herrn Borges gerade auch schon gestellt habe. So der Blick zurück. Was hat sich verändert? Was hat sich in den letzten zwei Jahren geändert mit Blick auf kritischer und resilienter Infrastruktur? Ist es praktischer geworden oder wie würden Sie es beschreiben? Praktischer? Ich glaube, es ist mehr in den Blick geraten zunächst mal. Also ich glaube, es gibt ja immer oder gab ja immer schon die Kreise, die sich damit beschäftigt haben. Also mit physischer Sicherheit beschäftige ich mich, also eher was Angriffssicherheit angeht von eben solchen Infrastrukturen seit jetzt mittlerweile zehn Jahren, glaube ich, in der Wissenschaft. Das BBK gibt es jetzt auch schon ziemlich lange und ist jetzt eher in den Fokus gerückt. Unser Institut gibt es jetzt eben knapp vor Corona, glaube ich, gegründet worden, also seit etwas mehr eben, ungefähr drei Jahren. Aber jetzt kommt es, glaube ich, hoch. Also es ist viel im Verborgenen passiert in diese Richtung. Also fernab der Öffentlichkeit, möchte ich mal sagen, der großen Öffentlichkeit, weil man das gegeben hingenommen hat. Solche Infrastrukturen sind da. Strom kommt aus der Steckdose. Solche Dinge. Und so langsam wird den Leuten bewusst, dass vielleicht so eine Infrastruktur doch nicht einfach da ist und dass mehr dazu gehört. Und ja, das macht es natürlich für uns jetzt einfacher. Deswegen bin ich ja auch vielleicht hier. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir sind sehr froh, dass Sie da sind. Aber die Frage geben wir auch mal an Herrn Thiesler weiter. Was hat sich da in den letzten Jahren geändert? Was hat sich da auch im Bundesamt verändert? Ich behaupte, früher kannte das Abend niemand. Und heute sind Sie immer mehr präsent. Also niemand würde ich jetzt bestreiten. Ja, okay, ich weiß, der Journalist übertreibt gerne. Also die Fachcommunity kennt uns sicherlich gut. Das kann man definitiv sagen. Also verändert hat sich aber das, was Sie anfangs schon gesagt haben, dass wir Polykrisen haben. So haben Sie ja schön umschrieben. Wir haben inzwischen immer häufiger krisenhafte Entwicklungen, die auch noch gleichzeitig sind und einfach nicht mehr aufhören wollen. Das ist natürlich eine völlig neue Belastung für uns alle und zwar im wahrsten Sinne des Wortes für die gesamte Gesellschaft. Aber das, was sich vor allem dadurch verändert hat, ist eine neue Wahrnehmung für dieser Themen und dabei natürlich auch das Thema kritische Infrastrukturen. Denn wenn man plötzlich feststellt, dass man etwas vermisst, dass man ansonsten noch für das tägliche Leben braucht, dann wird einem klar, dann müssen wir was tun. Dann müssen wir Vorsorge betreiben. Und die bisher hinter verschlossenen Türen stattfindenden Diskussionen zu dem Thema kritische Infrastrukturen mit Unternehmen, die es immer schon gegeben hat, auch mit staatlichen Institutionen, denn es gibt natürlich auch staatliche kritische Infrastrukturen. Wir als Verwaltung sind natürlich auch eine kritische Infrastruktur. Die werden jetzt in die Öffentlichkeit gezerrt und plötzlich ist das in aller Munde das Thema. Und insofern hat sich das mit Sicherheit verändert. Vorsorge haben Sie angesprochen. Früher wurden die sogenannten Prepper aus dem Englischen to be prepared, also seid bereit, sich bereit machen, belächelt als Spinner, weil sie sich den Keller vollgemacht haben mit Batterien, mit Ravioli-Dosen und mit Kerzen. Und heute? Wollen wir das alle tun? Also ich glaube, dass eine gewisse Vorsorge einfach angezeigt ist aus vielen Gründen. Erstens, weil man dann wirklich besser auf eine Situation vorbereitet ist, also einen Stromausfall. Mehrere Tage. Ich gehe nicht davon aus, dass es uns ein flächendeckender, lang andauernder Stromausfall drohen könnte, aber es können schon zwei, drei Tage durchaus denkbar sein. Ausschließend kann man zwar nichts, aber denkbar ist das, glaube ich, eher, dass es nur zwei, drei Tage dauert und da gut darauf vorbereitet zu sein, indem man halt genug zu essen und zu trinken da hat, Kerzen da hat, um dann nicht im Dunkeln sitzen zu müssen und ein Radio, das Batterie betrieben ist, um dann eben beispielsweise auch Informationen erhalten zu können, die von den Katastrophenschutzbehörden kommen könnten. Das ist schon sehr sinnvoll. Wichtig ist mir nur an der Stelle immer wieder zu sagen, dass es nicht darum geht, für Wochen oder Monate gut vorbereitet zu sein. Es geht eigentlich um etwas anderes dabei. Die Menschen, die sollen sich nicht ohnmächtig fühlen, alleingelassen fühlen, sondern sie sollen ein Stück weit Selbstwirksamkeit spüren können, indem sie sich selber gut vorbereiten können. Das hält sie besser in der Mitte der Gesellschaft. Das, finde ich, ist auch eine gesellschaftspolitische Herausforderung für den Bevölkerungsschutz. Und gleichzeitig schafft es dem eigentlichen Hilfeleistungssystem, das wir haben, natürlich auch einen gewissen Freiraum. Das System kann sich dann um vulnerable Gruppen in unserer Gesellschaft besser kümmern, weil die Menschen sich selbst schon ein Stück weit zu helfen wissen und auch Nachbarn helfen können. Aber die, die es könnten, dann bitte nicht in Ohnmacht verfallen. Aber Herr Lichte, was sagen Sie denn dazu, dass sich jeder, ich spreche jetzt auf die Bahnattacken an, was sagen Sie dazu, wenn jeder von uns die Möglichkeit hat, sich bei YouTube da brisante Informationen rauszuholen, mit Blick auf die Bahn, wo die Kabel langlaufen, um der Bahn möglichst großflächig zu schaden. Also das ist doch, ist das blauäugig oder schlagen Sie da die Hände über dem Kopf zusammen? Das ist doch Ihre Kernkompetenz. Weder noch. Also ich würde sagen, das ist, das passiert einfach. Also dagegen können Sie wahrscheinlich gar nichts tun. Und das ist auch nicht blauäugig, sondern am Ende können Sie es wahrscheinlich einfach nicht verhindern. Also sagen wir mal jetzt der Fall mit der Bahn, da kann man drüber reden. Ich glaube, das wäre was gewesen, wo man, Sie haben es auch vorhin schon mal erwähnt, im Vorgespräch, dass man schon hätte vielleicht mit einer besseren Objektsicherung arbeiten können. Das Problem gibt es ja auch bei anderen, was solche offenen Steuerkabel, Steuerleitungen angeht. Das ist schon sehr sensibel. Grundsätzlich würde ich aber sagen, es gibt halt Dinge, die können wir nicht verhindern. Die passieren, also solche Angriffe, da können wir uns nicht gegen schützen, sinnvoll jedenfalls. Und dann kommt eher das ins Spiel, was eben die Resilienz ausmacht, auch solcher Infrastrukturen. Wie kann ich damit umgehen? Was kann ich machen, wenn es passiert ist? Ich kann es nicht verhindern, aber was mache ich jetzt? Genau, es wäre ja vielleicht eine Lösung gewesen, Sie hätten irgendwo noch ein anderes Steuerkabel gehabt. Also das alte Prinzip der Redundanz. Interessanter Ansatz, ja. So würden wir das nennen, ja. Das wäre das Redundanzprinzip, auch aus der Zuverlässigkeit. Wenn Sie zwei haben, dann müssen Sie wenigstens schon mal zwei durchschneiden, um zum selben Ziel zu kommen. Also es gibt schon Möglichkeiten, es besser zu machen, auch vielleicht eben aus der Resilienzsicht. Frau Krebs, wenn Sie das lesen, wenn Sie das so mitbekommen, wenn Sie diese Schlagzeilen, ich glaube im Oktober war es, was denkt man dann? Ja, dass wir da schon auch vor einer Riesenherausforderung stehen, weil wir viele Bereiche haben, wo man keine Gefährdung bisher angenommen hat und wo wir jetzt gucken müssen, wie wir die absichern. Und ich glaube, wir merken alle, dass wir in einem ganz anderen Maßstab vulnerabel sind und uns da ganz anders vorbereiten müssen. Und also für mich hat das schon unter Corona angefangen, wenn man plötzlich in einer Behörde überlegen muss, okay, wie viele Leute brauche ich unbedingt in diesem Haus? Und da gab es eben in der Schublade nicht, der hätte da sein sollen, aber ich glaube, er war oft mal da, aber er war halt nicht aktuell. Und dann überhaupt in diese Gedankenwelt reinzugehen, zu sagen, okay, wen brauche ich unbedingt in diesem Haus? Und was muss ich tun, damit die Leute unbedingt dann auch, egal wie sich jetzt in dem Fall der Virus entwickelt, in diesem Haus sein können? Das war schon anspruchsvoll zu überlegen, wie halte ich ein Ministerium am Laufen, wenn es keinen Strom gibt? Und dass das Ministerium ist, das sich mit dieser Thematik beschäftigt und damit einsatzfähig sein muss, ist auch eine ganz spannende Herausforderung. Darf ich eine Frage dazu stellen? Haben Sie denn schon eine Lösung für das Problem? Naja, wir haben zumindest jetzt schon ein Satellitentelefon, das wir da vorliegen haben. Das ist jetzt schon mal ein guter Anfang. Das war schon mal ein gutes Stück, oder? Aber sonst tauschen wir E-Mail-Adressen oder Handynummern aus, würde ich vorschlagen. Um resilient zu sein, Frau Krebs, müssen wir was irgendwie zurückhalten. Zweites Kabel oder was auch immer. Auf der einen Seite Vereinbarkeit von Sicherheit und der Bevorratung, das Zurückhalten von, aber auch von Energie beispielsweise, nicht nur Material. Und im Gegensatz dazu der Ansatz, mit weniger Ressourcen nachhaltiger und effizienter zu wirtschaften. Das haben wir uns ja auch auf die Fahne geschrieben. Wie kriegen wir das denn zusammen? Naja, es ist gar nicht so arg ein Widerspruch. Ich bin ganz dabei, dass wir auch in der Frage, was finanzieren wir, dazu übergehen müssen, zu sagen, es macht manchmal Sinn, Geld in die Hand zu geben, um noch eine Sicherheitsstufe hinten dran zu stellen. Auch wenn man sie nicht jeden Tag braucht und wenn man sie vielleicht mit einer geringen Wahrscheinlichkeit braucht, aber wenn man sie braucht, ist es schon gut, wenn sie da ist. Aber wir können auch eine Menge gewinnen, gerade im Energiesystem, wenn wir besser in der Laststeuerung werden, wenn wir flexibler werden in der Möglichkeit. Also wir haben ja jetzt auch in der akuten Situation ist zwischen vielen Ländern auch die Möglichkeit, Energie über die Grenzen zu übertragen, ausgebaut worden. Wir merken, wir brauchen jetzt nicht nur Nord-Süd-Energietrassen, wir brauchen sie jetzt Ost-West, die müssen wir uns anlegen. Wenn wir das mal haben und haben Nord-Süd und Ost-West, sind wir in der Krise viel flexibler zu sagen, wie wir Energie auch mal an einem Problem vorbeileiten können. Also da ist schon eine Menge tun, aber da läuft auch schon eine Menge. Aber Herr Thiesler, müssten wir das nicht vielleicht nochmal sagen oder der Bevölkerung sagen, ein universelles, ein generelles Sicherheitsversprechen gegenüber der Bevölkerung ist einfach nicht möglich. Das können Sie nicht, dafür können Sie nicht garantieren natürlich. Das kann auch niemand garantieren. Und deswegen ist ja Resilienz auch eines unserer Themen. Das ist sowohl global ein Thema, deswegen gibt es auch eine globale Strategie zu dem Thema durch die Vereinten Nationen. Und Deutschland hat sich dazu national verpflichtet und das hat das Kabinett in diesem Jahr beschlossen, eben eine nationale Resilienzstrategie auch tatsächlich zu verfolgen. Und die hat im Endeffekt den Sinn und Zweck, dass die Menschen, dass wir alle als Gesellschaft uns besser vorbereiten, anpassen an den möglichen Ausfall, nicht nur von kritischen Infrastrukturen, sondern eben auch an Ereignisse wie die ATA-Katastrophe beispielsweise. Und dass wir selber Vorsorge treiben, dass wir Risikoanalysen machen, dass wir Pläne machen, wie wir besser mit solchen Situationen umgehen können, dass wir Reserven anlegen, die Geld kosten. Also effizient ist an der Stelle ein schwieriger Begriff, finde ich, weil es nicht um Wirtschaftlichkeit hier gehen kann, sondern hier geht es darum, unser Überleben am Ende des Tages ja auch zu sichern. Und das darf ruhig Geld kosten, finde ich. Also insofern, glaube ich, ist mit dem Thema Resilienz, Resilienzstrategie der richtige Weg gefunden worden, um auch Antworten darauf zu liefern, dass eine Gesellschaft insgesamt Beiträge dazu liefern kann und muss, wie sie besser in solchen Situationen überleben kann. Aber generell, also ein generelles Sicherheitsversprechen kann es da gar nicht geben. Wer hat da den schwarzen Peter in der Hand, Frau Krebs? Wer muss sich da der Öffentlichkeit gegenüber beichten, dass es das eben nicht gibt? Dieses, ist es die Politik, ist es die Verwaltung, vielleicht auch Kirche vielleicht, ja? Im Zweifelsfall ist es ja, also ich jammer nach Honi, im Zweifelsfall ist es immer die Politik, die es hätte tun müssen, zumindest ist so der Eindruck, wenn man Politik macht. Ich glaube, da sind wir alle miteinander gefragt. Also es ist manchmal spannend, wie sehr eine öffentliche Debatte abweicht von dem, was der normale Alltagsverfahren, Erfahrung ist. Jeder weiß, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Jeder weiß es im alltäglichen Leben und natürlich geht es in der Summe auch nicht anders, aber man kann eben sich überlegen, welchen Grad an Sicherheit wollen wir und dafür kümmern wir uns auch, dass sie da ist. Das heißt ja nicht, wenn es nicht 100 Prozent gibt, kann man auch nichts machen, sondern wir haben es jetzt bei den Graspeichern gemerkt, 95 Prozent fühlen sich, Herrn Schmeier gefüllt, deutlich besser an. Also ich kann aus meiner Erfahrung auch nur sagen, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es bei dem Thema nicht. Wir gehören ja auch zur kritischen Infrastruktur, deswegen beschäftigen wir uns natürlich auch mit diesen Notsituationen. Wir haben ein Notfallhandbuch entwickelt und ich kann nur aus der Erfahrung, die wir selbst mit unseren Notfallplänen sagen, dass es unheimlich wichtig ist, sehr planerisch an das Thema heranzugehen, ganz viele Szenarien durchzuspielen, vollständigen Stromausfall beispielsweise bei uns ist natürlich ein Riesenthema. Wozu führt das? Und so viel kann ich Ihnen sagen, dass wir zumindest Notfallpläne entwickelt haben, auch, was übrigens auch wichtig ist, so etwas mit Dienstleistern, mit denen man in der Wertschöpfungskette zusammenarbeitet, zusammen durchzuspielen, aber zumindest sicherzustellen, dass zum Beispiel bei uns in unserer Branche die Bargeldversorgung für unsere Kunden weiter sichergestellt ist. Und gerade an der Schnittstelle zum Kunden versuchen wir ganz viel Beratung zu machen, zu sensibilisieren, dass gerade vor dem Hintergrund der Cyberrisiken es immer wichtiger wird, dass man verantwortungsvoll im Online-Banking beispielsweise mit PIN und TAN umgeht, dass man ein sicheres Passwort verwendet, dass man bei merkwürdigen, zweifelhaften E-Mails grundsätzlich nicht auf die Anhänge klickt, dass man im Zweifelsfall immer sich mit dem vertrauten Sparkassenberater kurz mal austauscht und nicht irgendwie leichtsinnig irgendwelche Daten weitergibt. Das sind alles so Grundregeln, die wir auch versuchen im Kundengeschäft als Sensibilisierungsmaßnahme prophylaktisch zu positionieren. Und ich glaube, das ist, was man tun kann. Aber man muss ehrlich bleiben, man wird keine hundertprozentige Sicherheit schaffen und es wäre auch nicht gerecht, diese Anforderungen an die Politik und an die verantwortlichen Entscheider in dieser Form zu richten. Und wenn Sie dann mit den Kunden im Gespräch sind, in der Wirtschaft, im Mittelstand, in den kleineren und kleinsten Unternehmen, und Sie geben Ihre Tipps, was kommt da so zurück? Ist das im Grunde eine große Dankbarkeit erstmal, weil natürlich verständlicherweise sich sowohl der Verbraucher, unser Privatkunde, als auch der gewerbliche Kunde, die Unternehmerinnen und Unternehmer, sich natürlich in erster Linie mit ihren Themen beschäftigen, die sie tagtäglich im Leben betreffen. Und das Thema Cyber-Sicherheit ist immer noch für viele Verbraucher ein Thema, was ganz weit weg ist, was sie in den Medien lesen, aber was man dann doch gerne, was ja ganz menschlich ist, dann auch mal wieder an die Seite schiebt. Und deswegen ist das auch Teil unserer Jahresgespräche seitens der Berater unseres Hauses mit unseren Kunden, dass wir gerade über solche Themen wie Cyber-Sicherheit zunehmend intensiver sprechen. Im Übrigen muss man sagen, das Thema Sicherheit insgesamt ist ja auch schon in der analogen Welt ein großes Thema für die Bank- und Sparkassenindustrie gewesen, weil wir haben eine Verantwortung für die Tresore, da mussten wir für Sicherheit sorgen, wir müssen auch heute weiter für Sicherheit sorgen. Wir haben eine Verantwortung für das große Thema unserer Kundeneinlagen. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier weiter das Vertrauen sicherstellen, dass die Kundeneinlagen bei den Sparkassen und den Banken in Deutschland sicher sind. Und wir haben natürlich auch eine große Verantwortung für die Daten schon immer gehabt. Und das Thema Bankgeheimnis in dem Zusammenhang ist ja bei uns unheimlich hoch aufgehängt, weil nur so auch ein absolutes Vertrauen in Richtung Bank oder Sparkasse sicherzustellen ist. Ich habe ein bisschen geblättert in meinen Moderationskarten und habe jetzt Moderationskarte 11 gefunden, denn da geht es nämlich um Cybersicherheit, was Sie angesprochen haben und auch die Gefahr. Dann würde ich das Thema gerne so ein bisschen vorziehen, weil wir gerade dabei sind. Stichwort Cybersicherheit. In ganz NRW verzeichnen Experten nahezu täglich Cyberangriffe auf alle Industriezweige. Sie werden es wissen, Sie werden es auch wissen. Wir erfahren es dann halt über die Presse oder wenn es dann so viel werden oder wenn es Untersuchungen gibt. Das THW, die Feuerwehr, die Polizei, die Bundeswehr kenne ich. Aber wie sieht die entsprechende Einheit im Cyberspace aus? Wer passt da auf? Also wer ist da zuständig? Das ist in der Tat eine gute Frage. Vielleicht wollen Sie, aber gute Einleitung. Cybersicherheit ist natürlich da, wo wir über kriminelle Aktivitäten sprechen. Natürlich immer eine Frage auch der Strafverfolgungsbehörden, die sich damit auseinandersetzen. Auf Bundesebene, das ist das Bundeskriminalamt, das Bundesamt für sichern und Informationstechnik, die in dem Kontext sind. Aber am Ende ist es die Industrie auch selbst, die einen Beitrag dazu leisten muss, dass Cybersicherheit auch dann gewährleistet wird. Das haben Sie eben gerade auch selbst beschrieben. Sie müssen natürlich in eigenem wirtschaftlichen Interesse schon handeln und dafür Sorge tragen, dass eben Ransom-Software sich bei Ihnen nicht einnistet und dazu beiträgt, dass die Geldautomaten nicht mehr funktionieren. Denn ohne Geldautomaten würden wir alle, glaube ich, gerade erhebliche Probleme haben. Noch ist Bargeld in Deutschland ja ganz wichtig. Aber es ist eben eine Aufgabe, die auf viele Schultern verteilt ist. Und das ist kennzeichnet bei kritischen Infrastrukturen, die ja insbesondere in private Hand vorrangig sind. Aber eben nicht nur, dass man eben mit allen Akteuren versucht, gemeinsam Lösungen zu finden. Das fängt mit der Sensibilisierung an. Das fängt mit gemeinsamen Risikoanalysen an und endet natürlich dann am Ende auch in der Strafverfolgung und in der Vorbereitung auf eben den Fall, der dann eintritt, mit Fragen, mit Fragen, wie können wir das dann besser verhindern oder wie können wir den Schaden so minimieren, wie nur irgendwie möglich. Warum ist denn Cyberkriminalität so gefährlich, Dr. Richtekan? Also ich bin kein Cyberkriminalitätsexperte, aber ich meine, es ist halt klar, dass die Digitalisierung dann natürlich eine große Rolle spielt. Also das betrifft ja auch die kritischen Infrastrukturen, also seien es jetzt die Ministerien oder die Banken natürlich, aber ja auch die ganz großen klassischen, also die Energieinfrastruktur sei ein bisschen rausgenommen, weil die tatsächlich noch sehr autark funktioniert. Aber die anderen sind tatsächlich ja auch alle sozusagen digitalisiert und ans Internet angebunden. Und in der großen, weiten Welt des Internets lauert dann gewissermaßen die Gefahr und das macht es halt für uns ja so gefährlich, weil wir davon abhängen am Ende. Ja, also wenn Krankenhäuser, die Fälle hat es ja jetzt auch häufiger gegeben, sich solche Ransomware oder sowas einfangen, dann sieht es halt schlecht aus. Und wenn man sich jetzt überlegt, sowas könnte, ist in dem Maße ja noch nicht passiert, aber es könnte auch ein Wasser- oder Gasverteilnetz in einer kleineren oder größeren Stadt betreffen, dann stehen wir relativ schnell vor relativ großen Problemen, möchte ich mal vorsichtig sagen. Also von daher ist das, glaube ich, so der Gradmesser oder daran macht es sich fest, dass wir halt schon ein großes Problem haben. Ransom-Software haben wir jetzt zweimal gehört. Müssen wir, glaube ich, erklären. Das ist eine Schadsoftware, die eingeführt werden kann über beispielsweise Phishing oder über andere Technologien und dann eben in den Systemen dazu führt, dass die Systeme übernommen werden können, beziehungsweise die Schadsoftware dazu führt, dass die Systeme nicht mehr funktionieren. Das ist ganz einfach zu weglassen. Und dann kommt die nächste Truppe, die wahrscheinlich dann das Lösegeld einfordert. Das ist ein Weg, der da gerne genommen wird. Erpressungsversuche, damit sind wir bei der klassischen Strafverfolgung. Aber da, wo es nur darum geht, Schaden anzurichten, das ist natürlich der viel katastrophalere Fall, weil da gibt es kein Weg mehr zurück. Und der ist natürlich der, der sich auf viele Sektoren auswirkt. Cyber-Sicherheit oder Cyber-Angriffe richten sich eben oftmals an Systeme, die als Steuerlogik für viele andere Sektoren von großer Wichtigkeit sind. Und Sie haben eben einige davon aufgezählt. Und deswegen ist das aufgrund der Abhängigkeiten, die wir bei kritischen Infrastrukturen auch gegenseitig haben, natürlich eine ganz große Gefahr. Ein Unternehmen muss sich absichern, Frau Krebs. Kann sich eine Behörde, ein Unternehmen oder auch eine Privatperson noch irgendwie rausreden in der heutigen Zeit, wenn sie nicht angemessen abgesichert ist? Oder müsste das eigentlich, wie soll ich sagen, state of the art sein? Also müsste das eigentlich der Zustand sein? Natürlich müsste es der Zustand sein, aber es ist kein statischer Zustand. Da muss man ja ständig dran arbeiten. Also die Art der Angriffe verändert sich ja auch. Das heißt, es ist eigentlich ein Prozess, dem sich alle stellen müssen. Und ja, auch das ist ja auch nicht nur, das reicht auch nicht nur, was auch dazu gehört, dass eine Expertengruppe sich anguckt, wie ist die Software aufgestellt? Es geht auch um Mitarbeiter, um ein Training. Wie gehe ich mit Mails um? Auch die Absicherung. Es hat ja auch die Fälle gegeben, dass Mitarbeiter praktisch ihnen Informationen entlockt wurden, um Zugang zu kriegen. Also auch so eine Schulung darin, wann man vorsichtig werden muss. Das ist schon ein sehr umfassendes Thema. Frage in die ganze Runde. Was ist denn für Sie die gefährdetste Infrastruktur? Herr Dr. Lichte. Die gefährdetste oder die? Die gefährdetste. Also ist es der Strom? Ist es das Internet? Ist es die Heizung? Ist es das Wasser? Ist es was zu essen? Ist es die Brücke? Also wenn wir von den Auswirkungen sprechen, würde ich immer noch behaupten, dass es tatsächlich das Stromnetz ist. Also die Übertragungsnetze, weil Sie da natürlich für alles andere benötigen Sie Strom. Sie können sich jetzt überlegen, wofür Sie keinen Strom benötigen. Sind Sie ziemlich schnell am Ende der Überlegungen angekommen, vermutlich, außer wenn Sie jetzt die Kerze ins Fenster stellen. Also salopp gesprochen, aber es ist tatsächlich so und das haben wir auch mal eine Studie gemacht. Da gibt es aber auch einige Studien dazu, dass eben die Ausfälle von Strom in urbanen Gebieten über Zeiträume von sechs Stunden, also längere Ausfälle, das ist schon nicht sehr schön, sage ich mal. Also weil eben so viel dranhängt. Sie haben die Krankenhäuser, die dranhängen, wo Sie auch nicht wissen, ob der Notstrom immer funktioniert. Das ist ja auch immer noch so eine Zuverlässigkeitsfrage. Der Supermarkt macht wahrscheinlich zu. Die Tankstelle funktioniert leider auch nicht mehr. Und wenn Sie jetzt dann noch darüber nachdenken, dass jetzt in den letzten Jahren vermehrt zum Beispiel diese, wie heißen Sie, diese Beatmungsheime oder sowas aufgekommen sind, wo es zum Teil, da meine ich, korrigieren Sie mich bitte, wo es keine Vorschriften gibt, was Notstrom angeht. So schwierig. Das ist natürlich eine Situation, die dann sehr schnell sehr dramatisch wird. Strom, Herr Borges, ist die Bank dann auch zu? Ja, also wie gesagt, wir stellen uns natürlich im Rahmen unserer Notfallpläne auf diesen hundertprozentigen Stromausfall aus. Ich bitte um Verständnis, dass ich bewusst natürlich jetzt nicht in Details gehe zu unserem Notfallplan für den hundertprozentigen Stromausfall. Aber so viel kann ich, wie gesagt, sagen, dass wir auf jeden Fall die Bargeldversorgung weiter sicherstellen können. Aber wenn ich jetzt noch mehr aus dem Nähkästchen plaudern würde, dann ist das natürlich wieder ein wunderbarer Ansatz, auch wieder kriminelle Energie zu erzeugen. Was glauben Sie, was wir dann für Klickzahlen hätten? Nein, aber tatsächlich war ja die Frage nach der gefährdetsten Infrastruktur, dann wäre das für Sie auch der Strom? Aus meiner Sicht wäre das in der Tat, so wie es Herr Dr. Lichte ausgeführt hat, die dramatischste Auswirkung für unsere Gesellschaft, weil eben Strom heutzutage in alle Gesellschaftsbereiche hineinreicht. Und insofern ist das das Hauptaugenmerk, auf das man den Blick richten sollte. Vielleicht noch als Ergänzung. Das ist vor allem das, glaube ich, was sozusagen den kurzfristigsten Impact hat. Also wenn wir jetzt über Lebensmittel oder sowas sprechen, das ist, glaube ich, auch extrem gravierend und schwerwiegend. Das merken Sie aber jetzt nicht. Also das merken Sie in einem halben Jahr oder in drei Monaten oder auch Lieferketten. Das sehen wir ja jetzt. Das verzögert sich alles nach hinten und irgendwann kommt dann der Riesenstau oder dann kommen die Probleme. Das merken Sie aber nicht sofort. Aber wenn der Strom ausfällt, ist es eben bei unserer Abhängigkeit so, dass das mehr oder weniger instantan zu Problemen führt. Auch Herr Tiesel nickte. Strom, glaube ich, oder Energie. Energie, Strom ist eine Schlüsselinfrastruktur für viele andere Infrastrukturen. Deswegen das auch mit den Abhängigkeiten. Das können wir ja im Alltag selber erleben, wenn bei uns fünf, sechs Stunden der Strom ausfallen würde und Sie gucken dann in Ihre Gefriertruhe hinein. Also dann sehen Sie schon die Auswirkungen. Deswegen auch unmittelbar. Und es gibt dann natürlich weitere Infrastrukturen, die ebenfalls auch noch aufgrund ihrer Abhängigkeiten zu anderen kritischen Infrastrukturen noch wichtig sind. Das ist Kommunikation. Was machen Sie ohne Kommunikation heute? Das ist sicherlich das nächste Thema. Aber Kommunikation ohne Energie funktioniert auch nicht. Und dann würde ich natürlich immer das Thema Verkehr und Logistik nehmen. Also das ist eine Infrastruktur, die wir alle brauchen. Denn wir sehen es ja gerade selber an den Lieferketten, die unterbrochen sind, weil wir entweder Personalmangel haben oder weil eben Chips nicht da sind, die Fahrzeuge für Fahrzeuge wichtig sind. Und dann können wir sehr schnell feststellen, wie wichtig für eine Gesellschaft es ist, dass solche Infrastrukturen auch einfach da sind. Und das ist ja unser Erleben. Es ist einfach da. Sie haben es vorhin mit dem Strom aus der Steckdose genannt. Man könnte es natürlich auch sagen, Milch kommt aus der Tüte. Also das sind alles so Beispiele, die deutlich machen, wie abhängig wir von solchen Infrastrukturen sind. Den großen Blackout hatten wir noch nicht. Großen Stromausfälle. Aber wenn wir ehrlich sind, immer mal wieder gibt es auch mal Stromausfälle, auch in Deutschland, wenn auf einmal dann der Radiowecker nicht funktioniert oder nur noch 0, 0, 0 blinkt. So war das. Genau. Weil da war wieder irgendwas los. Immer wieder Kommunen auch, wo es dann so lokal dann auch passiert. Dass sie 24 Stunden oder sowas haben, kommt ja durchaus häufiger vor. Auch zu München gab es das noch vor gar nicht so langer Zeit, wo dann auch die Verteilstation, glaube ich, tatsächlich, das war auch ein Angriff, wo sie auch nicht in die Luft gejagt, aber angezündet worden ist. Wenn ich mich recht entsinne, dann gab es in Berlin, gab es auch noch mal was. Vor gar nicht langer Zeit. Also das nehmen wir dann so die 12 bis 24 Stunden. Wobei man ja auch sagen muss, dass sich die Situation, finde ich, da jetzt durch den Angriff auf die Ukraine und die Folgen davon noch mal geändert hat. Weil wir kennen Stromausfall-Szenarien, weil die Infrastruktur kaputt gegangen ist, ob absichtlich oder durch den Baustellen oder sowas. Aber dass es nicht mehr genug Strom gibt, ist noch mal ein anderes Szenario, weil man dann nicht einfach, also einfach ist es immer nicht, aber man kann nicht die Infrastruktur reparieren und dann funktioniert es wieder. Und deswegen ist schon das Thema Energiesparen und sich da so auch auf den Winter vorbereiten, eins, das uns auch wirklich ganz, ganz wichtig ist, neben dem Thema, dass die Leute bitte keine Heizlüfter kaufen und die Gasheizung sparen und lieber mit dem Strom heizen. Aber das Thema, sich darauf vorzubereiten, dass die Energiemenge knapp werden könnte und das ist dann auch was, was nicht so ganz einfach zu beheben ist und das können wir aber Gott sei Dank verhindern, wenn wir jetzt ein bisschen sparsamer sind. Und die Ukraine ist auch so furchtbar, das klingt für uns natürlich jetzt Beispiel gegeben. Wir können sehen, zu welchen Auswirkungen das führt. 40 Prozent, glaube ich, der Energieversorgung in der Ukraine ist im Augenblick zerstört oder gestört. Und jetzt kann man genau die Effekte sehen, die da eintreten. Und Sie müssen dazusagen, nur als Ergänzung, dass hier tatsächlich auch nur Knotenpunkte angegriffen worden sind. Es geht nicht darum, dass Sie jetzt das ganze Netz in Schutt und Asche gelegt hätten, sondern wenn man weiß, wo, dann kann man tatsächlich mit nicht so viel Aufwand sehr viel erreichen. Wir erzählen jetzt auch nicht mehr. Eine Runde in hoher Geheimhaltung. Herr Borges wollte ausständig sagen, Frau Krebs hat sicherlich auch das eine oder andere Geheimnis. Machen wir es doch mal ganz konkret. Also, kritische Infrastruktur. Welche Maßnahmen sind konkret notwendig für die Resilienz von Energie und von Wasserversorgung, Transport, Verkehr, Informationstechnik, Telekommunikation und damit auch die Wirtschaft, wahrscheinlich die Gretchenfrage, und damit auch die Wirtschaft zu stärken? Also, welche Maßnahmen sind konkret notwendig, um diese Resilienz zu erreichen? Frau Krebs. Also, das eine ist, das ist schon gefallen, Notfallpläne zu machen und da auch wirklich gründlich drüber nachzudenken. Also, sich wirklich in die Situation reinzudenken und dann zu üben. Weil im Üben von einem Notfall merkt man oft noch entscheidende Sachen, die dann doch nicht funktionieren. Und so müssen wir alle, tun wir auch, jeweils die Pläne machen, Übungen machen und die auch immer wieder, das haben wir ja vor Corona oder während Corona gemerkt, nicht dann drei Jahre in der Schublade liegen lassen und denken, der passt schon noch. Herr Dr. Lichter, Üben ist wichtig. Welche Maßnahmen sind konkret noch wichtig? Also, ich würde jetzt sagen, ich bin sicher, damit mache ich mir nicht nur Freunde in der Runde, aber ich würde fest behaupten, dass wir beim Stromnetz zum Beispiel nicht nur auf der Nachfrageseite sozusagen arbeiten müssen, sondern dass wir uns da ja auch kurzfristig eigentlich verstärkt, auch wenn wir im europäischen Verbundnetz, so heißt es ja mit den Übertragungsnetzbetreibern, die Möglichkeit haben, eben auch aus Europa, aus anderen Ländern Strom zu beziehen, wenn wir ihn brauchen, dass man auch auf der Angebotsseite sozusagen sich sehr genau anschauen muss, was man denn jetzt zumindest kurzfristig tun kann und muss. Also wir haben ja damit angefangen, wir haben angefangen, Kohlekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, haben jetzt den Kompromiss, glaube ich, geschlossen in der Koalition, dass zumindest die Atomkraftwerke jetzt bis, ich habe es nicht genau im Kopf, bis April weiterlaufen. Und ich glaube auch da muss man, auch wenn das sehr unangenehm ist, die Situation weiter beobachten, was jetzt nicht gegen die grundsätzliche Linie spricht, nicht, dass Sie mich falsch verstehen, aber weil wir kurzfristig ja jetzt einfach ein Problem haben. Aus der Resilienzperspektive ist jetzt sozusagen in diese Energiewende, die gerade aufgebaut wird, ist jetzt dieser Stressor von außen, der Störfaktor reingekommen, dass wir das Gas nicht mehr bekommen. Das ist aber ein wichtiger Baustein, sonst funktioniert es nicht. Das muss man so sagen. Also ohne das Gas funktioniert es mit den erneuerbaren Energien nicht im Moment, weil wir die Speicher nicht haben. Also müssen wir halt zusehen, dass wir eigentlich auf der Angebotsseite sozusagen, aber auch versuchen, neben dem Sparen auch natürlich, aber dass wir auch versuchen, die Angebotsseite sozusagen hochzuhalten, weil dann kommen wir auch zur Wirtschaft, um den Kreis zu schließen, weil wir da natürlich gucken müssen, dass wir Energiepreise nicht unendlich bezahlen können und dass wir natürlich auch in Wirtschaftsstandorten ein großes Problem kriegen. Das ist schon ein Kaskadeneffekt, den wir jetzt ja schon sehen, gerade hier in der Region mit der Chemieindustrie, die sehr energieintensiv ist, natürlich auch viel vom Gas abhängt, dass die natürlich ein arge Bedrängnis geraten bei den Energiepreisen und die auch gar nicht mehr das Spar, aus meiner Perspektive wenigstens gar nicht das Sparpotenzial haben, um jetzt mal zu sagen, wir sparen 20 Prozent Energie ein, weil Energie war schon lange nicht so günstig in Deutschland, sodass da die Sparpotenziale nicht in der Größenordnung vorhanden sind. Sie haben gerade gesagt, Sie machen sich mit Ihren Aussagen jetzt nicht nur Freunde in dieser Runde, aber ich glaube, Frau Krebs ist relativ ruhig geblieben. Ja, das Thema, das diskutieren wir jetzt vielleicht und nicht unbedingt, ob nach April die Atomkraftwerke noch länger laufen. Aber Herr Borges, dann gehen wir die Frage mal weiter an. Ja, genau. Die Maßnahmen, die konkreten Maßnahmen, Sie haben ja schon einige aufgezählt. Wie kann man es vielleicht noch ergänzen? Was ist wichtig? Ja, ich bin ja als Firmenkundenvorstand tagtäglich begleite ich ja den Mittelstand hier in der Region und von daher bin ich auch regelmäßig im Austausch darüber, wie geht man jetzt mit dieser krisenhaften Situation um? Wie ist man als kleines und mittleres Unternehmen? Wie kann man sich resilienter aufstellen vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen der Wirtschaftskrise, die wir haben? Und da würde ich vielleicht mal drei Punkte hervorheben, die aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig sind für den Mittelstand. Der eine Punkt ist, dass man sehr, sehr konsequent diese beiden Megatrends, Digitalisierung und insbesondere auch Transformation in Richtung erneuerbare Energien, CO2-Neutralität, zu einem ganz großen Agendapunkt, der strategischen Agenda des jeweiligen Unternehmens macht. Also dieses Thema wirklich anzugehen als jemand, der sagt, ich muss mein eigenes Geschäftsmodell daraufhin weiterentwickeln, dass ich beispielsweise CO2-Neutralität in meinem Geschäftsmodell auch tatsächlich in den nächsten 15 Jahren sicherstellen kann. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Maßnahme zur Resilienz des Unternehmens. Der zweite Punkt ist natürlich immer, man sagt so schön, Cash is King. Ich muss einfach schauen, dass ich sicherstelle, dass mein Unternehmen jederzeit liquide ist. Und dazu ist es einfach unheimlich wichtig, dass man sich viel, viel intensiver noch mit der Frage beschäftigt, wie stelle ich diese Liquidität sicher. Das heißt, ich muss viel, viel offensiver mich mit meiner Finanzierungsstruktur als Unternehmen beschäftigen, muss Vorsorge treffen, auch für schwierige Lieferkettenprobleme beispielsweise, weil ich jetzt eben deutlich stärker bevorraten muss in meinem eigenen Unternehmen. Das erfordert Liquidität. Und deswegen brauche ich deutlich mehr Klicklinien beispielsweise auch. Auch diese Themen sind eben intensiv und proaktiv als Unternehmer zu besetzen. Wir von unserer Seite unterstützen dann natürlich gerne. Wir sind jetzt auch ganz neu vor dem Hintergrund dieses hohen Liquiditätsbedarfs, den wir jetzt aktuell in der mittelständischen Wirtschaft sehen, mit einem neuen Produkt rausgegangen, wo eben flexibel dem Unternehmen eine entsprechende Liquiditätsunterstörung in Form eines flexiblen Kreditrahmens zur Verfügung gestellt werden, den man für Investitionen, aber auch für Erwahlkredite oder eben auch für Betriebsmittellinien nutzen kann. Und der dritte Punkt ist, dass man wirklich sehr konsequent die Risiken gestaltet und managt. Und typische Risiken im Mittelstand sind natürlich beispielsweise Adressenausfallrisiken, sind Währungsrisiken, gerade bei dem Mittelstand, der richtigerweise sich entschlossen hat, Exportmärkte zu erschließen, aber auch auf der Beschaffungsmärkte entsprechend sich in den letzten zehn Jahren in Richtung Beschaffungsquellen beispielsweise in China oder in den USA oder in Taiwan weiterentwickelt hat. Und was jetzt ganz aktuell natürlich eine sehr schmerzhafte Situation ist und wo es gute Antworten braucht, ist eben das Zinsänderungsrisiko abzusichern, weil wir ja sehen, dass zur Bekämpfung der Inflation die Europäische Zentralbank massiv zurzeit die Leitzinsen erhöht. Jetzt gerade am 27. Oktober sind die Leitzinsen wieder um 0,75 Prozent gestiegen. Alle Experten gehen davon aus, dass im Dezember die nächste Leitzinserhöhung kommt, was natürlich zu einer weiteren deutlichen Verteuerung des Liquiditätsbedarfs der Unternehmen führt. Also auch hier ist Vorsorge zu treffen und hier stehen wir natürlich als Sparkasse auch gerne beraten zur Verfügung. Vorsorgetreffen, die Wirtschaft ist gefragt, die muss Frau Krebs da auch mitspielen. Also da muss auch von der Seite der Wirtschaft auch eine ganze Menge kommen. Das kann womöglich Politik nicht nur leisten, sondern es ist ein Geben und Nehmen, denke ich. Ja, aber wir können eine Menge unterstützen. Ich bin da ganz dabei. Wir haben jetzt ein Starterpaket aufgelegt für den Mittelstand, das die ganze Bandbreite aufmacht von der Beratung bei der Transformation, beim Umstieg auf Erneuerbare, aber auch bei einer Unterstützung bei Investitionen, weil ich glaube auch, dass das, was die Resilienz mittelfristig angeht, der größte Punkt sein wird, dass wir Erneuerbare ausbauen müssen, dass möglichst viele gucken müssen, sich möglichst schnell auch ergänzend und irgendwann komplett mit euren erneuerbaren Strom zu versorgen, weil die Energiepreise werden nicht mehr auf das alte Niveau zurückkehren. Das ist nicht zu erwarten, was das Gas angeht und die Unsicherheitssituation, die keiner von uns weiß, wann sie beendet ist. Das heißt, eine stabile Energieversorgung vorzubereiten und sich möglichst schnell möglichst viel zu erschließen. Dabei unterstützen wir auch sowohl was Beratung angeht, als auch was die Finanzierung, also Investitionskostenzuschüsse und so weiter anseht. Also Vorbereitung ist wichtig. Schnelligkeit ist aber auch wichtig. Wir müssen aktiv werden, wir müssen aktiv sein. Wir als Deutsche gelten bei einigen aber durchaus als sicherheitsverliebt oder als perfektionistisch und machen ungern Kompromisse. Lieber alles selber hundertprozentig richtig machen, auch wenn wir womöglich damit zu spät kommen, weil andere schneller waren. Ist das die Gefahr? Also was zum Beispiel den erneuerbaren Ausbau angeht, muss man sagen, da hat man natürlich sich einige Pausen erlaubt in den letzten Jahren, wo man sich jetzt ganz arg wünschen würde, man hätte sie sich nicht erlaubt. Also wir könnten dem Windkraft-Offshore-Wind deutlich weiter sein, wenn wir nicht mal eine Deckelung hätten. So ein stabiler, schöner, stetig fließender Offshore-Erneuerbarer Strom wäre jetzt wirklich was wert in der Situation. Also das eine ist, wenn man weiß, dass was notwendig ist und passieren muss, nicht ohne Not sagen, na ja, vielleicht dann in fünf Jahren. Das ist schon ein guter Weg. Und ich glaube, auch die Gefahr ist immer so dieses, daran aufzugeben, zu sagen, ich kann es eh nicht absolut sichern. Dann, das ist mir zu kompliziert, dann mache ich gar nichts. Jeder Schritt in die richtige Richtung ist wichtig. Und dann macht man den Nächsten hinterher. So als privates Beispiel, ich glaube, so geht es ja auch vielen. Ich war mir lange, hatte ich auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Oh, das mit den Passwörtern sind jetzt auch nicht alle so ganz sicher, wie die ich da habe. Und dann habe ich mich mal ein Wochenende hingesetzt, habe mir einen Passwortmanager aufs Handy geladen und habe mir entsprechend gute Passwörter gemacht, die ich mir dann über den Manager gut marken konnte. Das hat keine hundertprozentige Sicherheit geschaffen, aber schon einen ganzen Schritt mehr. Und so sich das so ein bisschen in Häppchen aufteilen. Und so gilt das für Unternehmen genauso. Mal anfangen, den ersten Schritt und dann Stück für Stück. Da gab es eine Untersuchung. Zwei der häufigsten Passwörter waren, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also das hatte ich nie. Und das andere Passwort war Passwort, glaube ich. Herr Dr. Lichte. Wenn ich das noch mal sagen darf, was ein ganz einfaches Rezept ist und was ich nur jedem empfehlen kann, ist, egal ob es der Verbraucher ist oder das Unternehmen ist, dass man anfängt, selber Energieerzeuger zu werden, indem man einfach eine Photovoltaikanlage beispielsweise, wenn man Eigenheimbesitzer ist, aufs Dach macht oder in den Betrieben entsprechend dafür sorgt, dass man sich völlig autark aufstellt. Das sind Maßnahmen, die man sehr schnell umsetzen kann und wo auch von unserer Seite beispielsweise, aber sicherlich nicht nur von uns, von vielen Banken und Sparkassen hier eine entsprechende Unterstützung gewährt wird, weil wir eben hier ganz bewusst auch ein Vorreiter sein wollen, diese wichtigen Transformationsmaßnahmen auch so leicht wie möglich zu organisieren. Okay. Kritische Infrastruktur, Herr Tiesler, geht Ihnen das schnell genug, wie wir mit der Krise umgehen? Schnell genug. Also was ich glaube, was wichtig ist, und das ist gerade hier aus den Antworten, finde ich, schon sehr deutlich geworden, das ist, dass das Thema Resilienz, gerade bei dem Ausfall von kritischen Infrastrukturen, nicht einem einzelnen Akteur überlassen werden kann, sondern am Ende tatsächlich auch eine gesellschaftliche Frage ist. Der Einzelne kann was sicherlich dazu beitragen, aber am Ende kommt es darauf an, dass alle gemeinsam auch handeln können. Und ich glaube, dieses gemeinsame, eben ein gemeinsames Risiko und Krisenmanagement, was man dafür auflegen muss, das integriert ist eben, das heißt eben durch das Zusammenkommen verschiedener Akteure, ist mir ganz wichtig, denn ich will wieder auf den Anfang da zurückkommen, die Abhängigkeiten, die wir haben, sind eben über verschiedene Sektorengrenzen, über verschiedene Grenzen auch von Wirtschaftszweigen hinaus eben wichtig. Das heißt, alle Akteuren müssen immer an einen Tisch kommen, um sich gegenseitig auch immer wieder bewusst zu machen, dass jeder einen Beitrag dazu liefern muss, dass auch beim anderen alles funktionieren kann. Und ich glaube, das ist das, was man als positiv für das Thema auch beschreiben kann, denn alles, was man gemeinsam zur Sicherheit beitragen kann, macht uns ja am Ende auch stärker. Also da können wir dann tatsächlich auch Resilienz spüren. Aber da braucht es natürlich auch durchaus die passenden Personen. Also wie stark ist die Reaktion in einer Krise von den handelnden Personen abhängig? Doch immens, oder? Immens, aber wenn Sie eine gute Vorsorge betreiben, kommt es nicht nur auf die einzelnen Personen an, sondern es kommt auf den guten Plan, den Sie haben. Deswegen ist Vorsorge, hat was mit Risikoanalyse zu tun, mit Management zu tun, Risiko- und Krisenmanagement. Das heißt, Sie müssen Strukturen dafür schaffen. Das ist für den Katastrophenschutz nicht anders als für das Thema Cybersicherheit. Dazu müssen die Menschen im Vorfeld sich kennengelernt haben. Wir sagen Katastrophenschutz immer in Krisenköpfe kennen. Das ist das Entscheidende. Man muss wissen, mit wem man im Zweifel dann auch diese Krisen bewältigen kann. Und das tut die Industrie mit der Politik, mit den Sicherheitsbehörden beispielsweise, genauso wie der Katastrophenschutz das mit den Wasserversorgungen macht, mit der Gesundheitsversorgung. Das ist auch ein Geheimnis des Erfolgs, dass man eben integriert zusammenarbeitet, und nicht jeder für sich. Gibt es denn Schulungen für Krisenmanager? Ja, natürlich. Also wir haben eine eigene Akademie, die im Ahrtal angesiedelt ist, Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und zivile Verteidigung. Das passt. Sie merken die Reaktion des Publikums. Ja. Ein Augen geht durch das Publikum, als Sie Ahrtal gesagt haben. Genau, weil das ja gerade beispielhaft ist. Also die Akademie existiert, die war auch nicht betroffen von den Ereignissen, weil sie oben am Berg liegt und hat aber auch massiv unterstützt in der Zeit. Das heißt, sie hat ihre Möglichkeiten auch genutzt, den Menschen Unterschlupf zu geben, weil wir dort die Unterrichtungskapazitäten haben. Wir haben die Hilfsorganisationen darunter gemacht. Der Einsatzstab hat die ganze Zeit dort dann gesessen und getagt. Also mit den möglichen Kapazitäten haben wir dort Unterstützung angeboten. Aber das gilt ja nicht nur für das Ahrtal. Bei uns kommen Krisenmanager aus der ganzen Republik und werden dort geschult. Das geht bis hin zu den Ressorts, die bei uns auch geschult werden und darauf vorbereitet werden. Aber auch die Frage, die habe ich hier noch auf dem Zettel. Kennen sich die Krisenverantwortlichen dann überhaupt von? Vielleicht auch eine Frage an Frau Krebs. Also Krisenverantwortlichen, wenn wir uns das Ahrtal angucken, da können Sie jetzt nicht so viel zu sagen. Aber wenn man sich womöglich andere Krisen anguckt oder wenn Sie es schon mal geübt und trainiert haben und schon mal durchgespielt haben, Kommune, Land, Bund, inwieweit ist man da verzahnt? Hat man die Handynummer von den Kollegen oder ist man da verbunden oder wie muss man sich das vorstellen? Das ist selbstverständlich und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe mit rechtzeitigem Plan machen und Ihnen dann auch üben. Und das führt eben zum einen dazu, dass der Plan gut ist, aber es führt beim Üben ja dazu, dass man sich kennenlernt und auch schon, es ist ja was anderes, wenn man so eine Situation und Üben kann man ja immer nur begrenzt, aber trotzdem ist es was anderes, wenn ich mir schon mal ein Bild gemacht habe, wen rufe ich an, wen informiere ich, für wessen, wir wissen genau, für wessen Informationen wir verantwortlich sind, welchen Teil wir im Blick behalten und dann weiter informieren, andere wissen es auch. Und da haben wir jetzt, dann ist dann schon ein ganz anderes Bild und gibt ein bisschen Zuversicht, dass es dann auch funktioniert. Ein Macher in der Krise war 1962 Helmut Schmidt bei der Sturmflut in Hamburg. Während der Sturmflut, er hat den Einsatz der Bundeswehr möglich gemacht, das war aber damals noch, das durfte der gar nicht, das war verfassungswidrig. Ist das heute so ein, wie soll ich sagen, archaisches Vorbild? Oder nicht mehr machbar, nicht mehr denkbar? Was denkt man darüber? Also das ist jetzt keine Heldentat, die irgendwie mit Helmut Schmidt vergleichbar ist. Aber mir ist es zum Beispiel in Bremen so gegangen, wo ich Finanzstaatsrätin war, für die Beschaffung zuständig war und wir gemerkt haben demnächst, die Ankündigung war da, es sind Tests, an den Schulen muss getestet werden. Und die war ja auch eine hohe Verunsicherung. Es war ja auch wichtig, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wir haben dann festgestellt, dass Tests, die woanders verwendet wurden, also offenbar auch geprüft waren, dass wir noch auf das Prüfzertifikat, auf die Übersetzung gewartet haben, gleichzeitig unsere Beschaffung aber gesagt hat, also wenn wir jetzt heute nicht mehr beschaffen, dann wird das ganz eng. Und wie gesagt, es ist wirklich keine Heldentat. Aber dann habe ich auch einen Haushaltsverstoß begangen und habe gesagt, wir beschaffen jetzt und ich erkläre es dem Haushalts- und Finanzausschuss, warum das richtig war. Und ich glaube, wir haben unter Corona oft auch Situationen erlebt, wo ich will überhaupt nicht zum Regelbruch auffordern, aber in einer Notsituation muss man sich an Regeln halten, umso mehr um die Verlässlichkeit und die Stabilität sicherzustellen. Man muss aber auch immer ans Ergebnis denken. Also auch zu gucken, was ist essentiell, um diese Situation zu bewältigen und vor allem, was ich das Gefühl habe, was in vielerlei Hinsicht oft, welchen Schaden richte ich an, wenn ich nichts tue? Oft ist der Fokus immer, was kann passieren, wenn ich was tue? Aber man kann auch Schaden mit Nichtstun anrichten und das sollte man mit bedenken. Wenn ich nochmal auf den Titel von unserem Abteilungsleiter Resilienz- und Risikomethodik im DLR gucke, Institut für den Schutz terrestrischer Infrastrukturen. Wenn Sie da mit Institutionen, mit Einrichtungen zu tun haben, was sind da die Fragen, die da kommen? Oder wie können Sie denen helfen? Wie können Sie denen am besten Krise greifbar machen oder auch resiliente Infrastruktur schnell näher bringen? Was für einen Tipp kann man da geben? Also zunächst sprechen wir ja vorrangig mit den Infrastrukturbetreibern. Dem brauche ich in der Regel nicht erklären, was eine Krise ist, weil die ja schon damit umgehen und ungefähr wissen, was passiert, wenn. Also dazu sind sie auch verpflichtet. Also dass beispielsweise die UNBs, also die Übertragungsnetzbetreiber, das regelmäßig üben und durchrechnen, was denn passiert, wenn irgendwo im Netz irgendwas ausfällt. Also ist da alles gut? Das würde ich jetzt so nicht sagen, aber zumindest haben die eine Ahnung. Also sie sind nicht überrascht, wenn man über diese Themen spricht. Aber selbstverständlich kann man eben mit Risikoanalyse, mit Methoden und das muss ja auch nicht immer etwas flapsig gesagt Rocket Science sein, sondern das ist auch manchmal etablierte Methoden, die wir zumindest in der Wissenschaft schon lange kennen, mit denen man aber zum Beispiel strukturierte Szenarioanalyse machen kann. Also dass man wirklich sehr methodisch an Szenarien dran geht. Was sind denn mögliche Bedrohungen, die so eine Infrastruktur treffen können? Machen Sie es mal konkreter, damit ich das auch verstehe? Jetzt wird es eng. Wie haben Sie das denn gemeint? Nein, das hat nichts mit Ihnen zu tun, aber das ist natürlich vertraulich. Aber es geht im Grunde genommen, wenn wir über Angriffsszenarien sprechen. Wenn wir über Angriffsszenarien sprechen, das kann ich halt sozusagen als Brainstorming, wie man das so schön nennt, machen. Dann schreibt halt jeder auf den Zettel, was ihm gerade eingefallen ist. Oder man versucht es halt methodisch in so einem Expertenkreis aufzulösen oder mit einem methodischen Ansatz zu wählen, um dann wirklich konsistente Szenarien und genau die, die jetzt auch eingetreten sind, auch herauszufinden oder zumindest gesehen zu haben. Wer hätte daran gedacht, also ich will jetzt nicht behaupten, dass wir diese Nord Stream 2 Sache vorausgesehen hätten, aber solche Angriffe fallen dann unter den Tisch, weil sie nicht denkbar erscheinen. Also sie haben sehr große Auswirkungen, sind aber sehr unwahrscheinlich in der Wahrnehmung vieler. Wenn wir es aber methodisch tatsächlich betrachten, dann schließen wir die aber ein, weil sie in sich konsistent sind. Also das kann passieren. Das ist nicht wahrscheinlich, aber es kann passieren. Eine Herausforderung ist ja gerade auch eben schwarze Schwäne zu sehen. Das ist die Umschreibung dafür, dass wir eben Dinge sehen, die wir nicht erwarten hätten würden. Und das gehört mit zu den Methoden eben dazu, dass man versucht, out of the box zu denken und eben sich mit Risiken auseinanderzusetzen, die erstmal überhaupt nicht auf der Hand liegen. Das ist natürlich eine Kunst und misslingt auch sicherlich öfter. Sonst würden wir solche Ereignisse ja nicht erleben. Aber das gehört eben mit dazu, dass man ein Bewusstsein dafür schafft. Und das ist für Infrastrukturbetreiber eben ganz wichtig, sich mit dem Thema Risiko auseinanderzusetzen. Und da eben tatsächlich auch Pläne für eine anständige Vorsorge zu betreiben. Das machen einige, nicht alle. Und das kann man mit Sicherheit sagen, dass es auch Infrastrukturbetreiber gibt, die sich da schwer tun und erst lernen, wenn es dann passiert ist. Aber wir sind mit allen großen Partnern, mit Verbänden da eigentlich in einem ständigen Dialog, um hier zu sensibilisieren für dieses Thema, damit es eben insgesamt durchdringt und man sich besser aufstellt. Beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gibt es zum Beispiel ja auch einen Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. Was steht da drin in so einem Notfallplan? Da stehen eben solche Handlungsempfehlungen drin, was man bei solchen Ereignissen tun kann. Also auch, was man tun kann bei Unwettern. Aber natürlich auch, wenn es um das Thema Bevorratung geht. Das ist ja im Augenblick in aller Munde. Wenn der Stromausfall kommt, ist das ja durchaus ein Thema. Was hat man noch zu Hause für die nächsten Tage? Dazu zählt eben, dass man Kerzen haben sollte, ein Radio, das man Batterie betrieben hat, weil die Kommunikation über Fernsehen und Radio wird nicht mehr funktionieren. Das Internet wird man da auch nicht empfangen können, zumindest nach einigen Stunden, wenn der Akku des Handys dann endgültig leer ist. Aber selbst das würde an mich helfen, weil die großen Relais, die wir brauchen von den Mobilfunknetzbetreibern, nach zwei Stunden nicht mehr funktionieren, weil die nur akkugepuffert sind. Das heißt also, man muss eben bestimmte Dinge vorhalten, um über einen gewissen Zeitraum hinauszukommen. Wir empfehlen bis zu zehn Tage, aber es reicht schon, wenn Sie das zwei, drei Tage tun, weil es Ihnen, wie ich das anfangs schon erläutert habe, eben auch ein Gefühl gibt, sich eben nicht ausgesetzt einer Krise zu fühlen, sondern etwas tun zu können. Eine Überschrift habe ich hier noch stehen. Neu lernen, um resilient zu sein. Was steht alles auf dem Prüfstand? Das ist die Frage, damit wir besser durch die aktuellen und zukünftigen Krisen kommen. Oder können wir auf manches Bewertes bereits zurückgreifen? Müssen wir alles neu erfinden? Wenn ich das jetzt zum Beispiel wieder auf die Wirtschaft beziehe, dann ist sicherlich ein Thema, was auf den Prüfstand zu stellen ist, dass wir gesagt haben, wir müssen immer arbeitsteiliger unterwegs sein. Wir müssen immer mehr in der Wertschöpfungskette uns diversifizieren. Wir müssen stärker, fertigungstiefer abbauen, reduzieren. Das war ja lange ein Trend in der Wirtschaft. 20, 25 Jahre haben sich ganz viele Professoren darüber ausgelassen, viele DAX-Konzerne auch in diese Richtung gegangen, viele mitständische Unternehmen, speziell auch in der Automobilindustrie. Und wir müssen natürlich jetzt schon in Frage stellen, ob das mit Blick auf diese geopolitische Krise noch richtig ist, ob es nicht besser ist, sich wieder zu diversifizieren, was Beschaffungsquellen angeht. Viele mittelständische Unternehmen haben ja sehr, sehr stark China als Beschaffungsmarkt für sich entdeckt. Auch das ist eine Frage, die zu diskutieren ist. Auch Produktion vielleicht wieder zurück zu verlagern nach Deutschland und Europa ist sicherlich ein Thema, was neu zu diskutieren ist und was jeder Unternehmer und Verantwortliche in den Unternehmen meines Erachtens jetzt auf einen strategischen Prüfprozess setzen muss. Ich empfehle hier sehr stark, sich stärker wieder in Richtung einer stärkeren Fertigungstiefe zu begeben, sich nicht zu stark in Abhängigkeiten von Lieferanten zu begeben und auch eine deutlich größere Lieferfähigkeit dadurch zu erzeugen, dass ich deutlich mehr Vorräte vorhalte, um damit auch jegliche Abhängigkeiten, jegliche wird man nicht ändern können oder abschaffen können, aber Abhängigkeiten deutlich zu reduzieren. Und Blick auf die Menschen, Herr Tiesler, wenn ich das richtig verstanden habe, resiliente Bevölkerung, resiliente Gesellschaft, das haben Sie immer mal wieder angesprochen, die brauchen wir, wie kriegen wir das hin? Indem wir auf die Menschen natürlich zugehen und mit den Menschen darüber reden. Das macht das BWK mit Empfehlungen, die wir auf unserer Internetseite auch haben. Aber es gehört natürlich dazu, dass in der Gesellschaft noch andere Akteure sind, die das tun. Deswegen arbeiten wir sehr eng mit den Hilfsorganisationen und anderen Organisationen, Akteuren zusammen. Denn, wie gesagt, wir alleine können das nicht. Und die Ansprache dieser Menschen ist natürlich ganz wichtig und muss persönlich sein. Und das kann nicht über eine Internetseite nur alleine erfolgen. Und ich hätte noch was, das würde ich gerne an Frau Krebs weitergeben. Brauchen wir vielleicht mehr strategische Produktionen auch im eigenen Land, in Europa, Photovoltaik, chemische Grundstoffe. Wann bauen wir denn die erste Fabrik für Photovoltaikmodule in NRW? Das wäre doch auch eine Idee. Also Photovoltaik, wir hatten das alles mal. Also im Moment klingt die Debatte so, wie wenn wir jetzt gucken müssten, Photovoltaikproduktion in Deutschland zu machen. Wir hatten sowohl bei Wind wie auch bei Photovoltaik eine sehr, sehr starke Industrie. Die ist leider abgewandert aus Gründen von politischen Entscheidungen, die ich vielleicht wünscht hätte, man hätte so nicht so getroffen. Ich glaube, wir müssen eine gemischte Strategie fahren. Also ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen werden, schon gar nicht als eine Exportnation wie Deutschland ist, ein Exportland wie es NRW ist. Jetzt quasi mehr zu versuchen, alles möglichst nah wieder an uns heranzuholen. Aber wir müssen sicher Einseitigkeiten viel, viel mehr vermeiden. Also wir müssen einen Welthandel haben, der einfach sehr viel breiter aufgestellt ist und zu gucken, was ist essentiell und wo gucke ich dann, dass ich auf jeden Fall in einem gewissen Umfang selber darauf zugreifen kann. Und deswegen gibt es ja die Konzepte, in der EU zum Beispiel eine Batterieproduktion aufzukaufen, damit man eben nicht zu 100 Prozent von Zulieferungen angewiesen ist. Also sich einen essentiellen Kern selber zu sichern, aber gleichzeitig auch einen Welthandel aufrecht zu erhalten. Das halte ich für im Moment eine große Gefahr, dass über die Zuspitzung, gerade in Bezug auf Russland, die Welt wieder anfängt in so zwei Lager, die, die mit Russland halten und die nicht. Und wir wollen, glaube ich, niemand will mehr in eine Blockbildung zurück, wie wir sie mal hatten. Sagt Frau Krebs, und was soll ich sagen? Das Stündchen ist rum. So schnell geht das. Dann darf ich nämlich bei unserem heutigen Wirtschaftstalk gerne in unsere Schlussrunde einläuten. Das möchte ich folgendes, möchte ich gerne von Ihnen wissen. Von welchem Gast, logischerweise Frage an jeden von Ihnen, Herr Dr. Lichte, mit Ihnen fangen wir an, von welchem Gast kam für Sie ein interessanter Aspekt, den Sie gerne nach der Sendung noch weiter vertiefen möchten? Ich glaube, die Antwort ist ziemlich einfach. Ja, Sie haben es ja vorher erwähnt, wir haben uns noch nie persönlich getroffen, obwohl wir sehr nah beieinander sind. Also ich würde natürlich gerne mit dem WBK-Präsidenten nochmal persönlich sprechen. Wie geht es Ihnen, Herr Tiesler? Sie auch? Natürlich. Das sollen Sie jetzt sagen. Nein, Sie sind aber frei. Seien Sie frei. Also ich würde mich eigentlich mit allen gerne noch weiter unterhalten. Ich fand gerade die letzten Beiträge, die gekommen sind, nochmal sehr spannend, was die Fragen der Diversifizierung angeht, beispielsweise der Tiefe, was die Fertigung angeht. Das sind alles spannende Themen, die ich gerne nochmal in einem Nachgespräch beleuchten würde. Und das Ganze hat natürlich eine politische Dimension. Herr Borges, welcher interessanter Aspekt und mit wem? Also ich kann mich auch nur mit Ihren Worten anschließen. Ich würde mich gerne mit allen nochmal treffen. Und ich habe nochmal für mich, bin nochmal auch heute Abend durch die Runde sensibilisiert dafür, diesem Thema Resilienz, Sicherheit in der Infrastruktur nochmal auch persönlich einen ganz anderen Fokus zuzumessen. Und Frau Krebs, wie geht es Ihnen? Also ich fand es unwahrscheinlich spannend, den Austausch. Ich muss sagen, ich nehme besonders, habe für mich gesagt, mitnehmen, das Thema, wenn man versucht, Pläne für Krisensituationen zu machen, bewusst auch daran zu denken, dass man nicht in den Faden bleibt, sondern sich bewusst systematisch durcharbeiten, schwarze Schwäne in den Blick zu nehmen und wirklich zu sagen, habe ich auch alles, was passieren könnte, auf dem Schirm und vergesse ich da nichts. Das fand ich nochmal einen sehr, sehr wichtigen Hinweis. Ja, dann vielen Dank an Sie. Vielen Dank für die kurzweilige Unterhaltung. Vielen Dank an unser Publikum. Vielen Dank an Sie zu Hause oder dort, wo Sie gerade sind. Und dann war da noch die Überlegung, in welchem Zitat ich diese Talkshow beenden könnte. Augenzwinkern, selbstverständlich. Und da hilft mir immer der Autor Mark Twain, der amerikanische, was hat er gesagt? Wir schätzen die Menschen, die frisch und offen ihre Meinung sagen, vorausgesetzt, sie meinen dasselbe wie wir. In diesem Sinne einen schönen Abend und tschüss. Applaus